ja komm ja schon ruhig bleiben mal wieder in der kleine rieber nicht weiter aus der foto schießt mit den staff erstens langsamer und du schießt breiter der nexus vom boss bisher noch nie wirklich wird dort was mir was gegeben hat 0 machen wir dem dann schon mal jetzt mit allem dann ich jetzt nein 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 jetzt in allem dann schon der vom endgott bekommen spiel kommt nur noch starten wird gefickt alter macapha alter alter wie das aussieht defdeck def attack attack gut 0 schon wieder 0 0 und rief Das könnte eigentlich auch mit der Draco mehr vorhanden sein. Ach ja. Das ist einfach die Kinder. Ist sonst ein bisschen unbegrüßig. Sicher oder wollen wir ein bisschen... Okay, jetzt ist er festgefahren. Der blöde ist der Test dann. Ah, ich verpasste hat. Echt auszweichen ist es ja. Jetzt schießt wieder. Schaut ran, okay. Ah fuck, jetzt sieht man leider nicht. Okay, tot 0. Live. Nee. Ich nutze eigentlich nie Mana. Ich nutze wohl Nutter-Ping. Okay, Nutter-Ping, Nutter-Ping. Ich komm mal zu dir. Ich bin aber zu dir, oder? Ja, dann kannst du. Ah fuck, ich hab da ja Nutter-Ping gespürt. Tja. Ping, bitte. Nicht jetzt. Ja, das ist gerade ein richtig schlimmer Zeit. Das ist mit dir Ping oder nicht? Kannst du das machen? Äh... Sonst probier ich jetzt die zu töten. Bibliothek, gut. Ich hab auf jeden Fall nix darin. Ja, gib wir. Okay, dann darfst du dich ab jetzt nicht mehr zum Nutter-Ping, ne? Ja. Ja. Ich bin tot. Nein. Oh nein. Oh nein. Warum? Herr Nutter ist mir ein bisschen zu schwer anscheinend. Ich hab gestunnt, ja. Ich hab gestunnt, ja. Ja, okay. Ordner. Okay, für den Ende, ein bisschen, ja, death analysiert, so dass du, warum ich sterbe. First of all, ich hatte grumps, so ich nicht mehr zu gestunnen. Aber also, um, ich wurde nicht paralysed da. Before, ich wurde paralysed da, wenn ich in Nutt war. Das war nicht der Problem. Der Problem war, dass mein erstes Stun nicht hit. Und dann, sie war able zu Spam mehr. Und dann, nur mein zweites Stun hit sie. Ja. Ja. Das ist es. Das war die little PPE-Serie, meine 2nd-Serie. Ich habe gesagt, dass ich nicht spielen. Ich kann nicht spielen. Ich bin nicht zu spielen. Aber ich hatte Spaß. Und die anderen, auch. Ich meine, erstes Tübischker, dann, 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 dachte ich, dann, dann, Two days after my death and he got killed by a jumping red dragon and that's it. So I hope you had fun during the PPE. Maybe there will be some more PPEs but for now I think I'll do challenges again because I really didn't do any challenges after like I don't know one week of pause of youtube because I have some things to do with my family there because it's Christmas, yeah. So, see ya.